Männer, komm, Gin Tonic zum Wochenende. Ein Black Gin Tonic. Mai-Zeit, oder? Ja, richtig. Schon mal probiert? Äh, nee, ich hab genau in der Flasche einen Liter Olivenöl oder so einen halben. In der Flasche? Ja, ich hab' die schnell leer geworden. Wir haben nur einen halben Liter, ja. Nein, es wurde nur umgefüllt. Ja, deswegen. Machst du so einen kleinen Drink? Komm. Ich brauch keinen Lecker. Komm, wir trinken einen. Einen kleinen, dann teilt ihr euch ein bisschen, komm. So, bist du okay oder noch ein bisschen mehr? Ja, ruhig. Ja, komm. Ja, du bist ja, du bist der Meister, du weißt ja, wie viel rein muss. Ja, Hälfte, Hälfte schmeckt noch besser, aber ich wollte dich jetzt nicht übertreiben. Ist Freitag? Ja, geht schon. Komm. Dann, cheers, lass dir schmecken. Ja, vielen Dank. Ich bin gespannt, was du sagst. Ja, lass mal was probieren. Süß. Süß? Mega süß. Oder? Fruchtig. Ja, ja. Also, es ist kein Süßstoff dabei, null. Okay, was habt ihr denn da drin? Papaya, Bergamozzo und Bitterorange. Mhm. Nee, es schmeckt gut, aber wäre mir persönlich zu süß. Ja? Magst du ja so herber? Ja, auf jeden Fall. Aber es schmeckt auf jeden Fall gut und sieht geil aus. Sehr schön. Dann lass dir was zum Schmecken, ja? Komm, probier mal. Danke dir. Danke dir. Ich kann nicht alleine trinken. Ja, danke dir. Danke dir. Vielen Dank.